Hallo Nation, schau dir an, was Matthäus über BVB gesagt hat. Aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind. Zurück zum Thema. Im Hinspiel des Champions League Viertelfinals musste Borussia Dortmund eine 1 zu 2 Niederlage gegen Atletico Madrid hinnehmen. Für das entscheidende Rückspiel am kommenden Dienstag sieht Landesrekordhalter Lothar Matthäus beim BVB noch große Chancen. Die beste Leistung in der zweiten Halbzeit im Civitas Metropolitano gibt dem 63-jährigen Kommentator Hoffnung, als das Aurinegro-Team vor fast 69.000 Zuschauern beinahe das 2 zu 2 erzielt hätte. Julian Brandt traf in der sechsten Minute der Nachspielzeit mit einem Kopfball den Pfosten. Doch auch mit dem 1 zu 2 als Hypothek will Matthäus dem BVB nicht den Garaus machen, wie er im Interview mit RTL, NTV und Sport.de verriet. Nach den ersten 45 Minuten sah es nicht mehr so gut aus. Dann hat man gesehen, dass Dortmund auch nach vorne spielen kann, nicht nur das Tor schießen, sondern auch zweimal den Pfosten treffen kann. Sie haben die Chance, mit der Unterstützung der Fans zu Hause gegen Atletico Madrid weiterzukommen. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.